wir löschen profil im ps4 das ist video aufnahmen im 2000 drei und 20 einstellungen login einstellungen einstellungen genau benutzer verwaltung benutzer löschen schnell oder voll ich habe verkaufe diese konsol und für mich eingabe installieren wird deaktiviert und die installierung ja jetzt zeit warten bitte installierung läuft schaltet die ps4 nicht aus restliche zeit vier stunden jetzt drei stunden